Ja hallo, ich bin die Lüge! Ja, wir stellen heute die Lüge vor und die ist die Raufbahnkehrerin und sie arbeitet da am Tagbund herum. Jawohl! Und es ist kein einfacher Job, aber es will sie werden, gell ist sie? Ah ja! Und holt ihr den Beruf, ja? Ja! Super, das ist eine optimale Job! Prima! Was ist das? Das ist eine viergeweilige Angelegenheit, gell? Ja! Auf jeden Fall, das sag ich auch! Ein wunderbar! Ich denke, dass ich die Aufnehmer kann, das ist ein super Job! Jawohl, super! So oder nicht? Ich danke! Schauen wir mal, was das war nicht! Der Lüge ist hier, das ist dort! Ja? Okay! Job! Na! Bis zum nächsten Mal!